Einer weniger, drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar werden wir eine Art kleines Turnier veranstalten, um herauszufinden, welcher Trupp der beste epische Trupp ist, den man haben kann. Da unterscheiden wir unter anderem zwischen Bogenschützen, Infanterie und Kavalerie. In Gruppe 1 werden die Bogenschützen sein, in der Gruppe 2 die Infanterietruppen und in der Gruppe 3 die Kavalerietruppen. Kommandant meine ich natürlich. Und zwar wird das wie folgt ablaufen. Wir haben hier Gruppe 1, Keira, Hermann, Kusunuki. In Gruppe 2 Sun Tzu, Mondük und Björn. Sowie in Gruppe 3 Belisarius, Pelayo und Baibas. Wir werden diese Truppen in verschiedensten Kombinationen gegeneinander antreten lassen und schauen, wer wird der Beste sein. Sprich, wer wird die meisten Duelle gewinnen untereinander. Und die ziehen dann in die nächste Runde ein. Die Sieger dann, also das jeweilige Duo, was gewonnen hat, wird dann in einer neuen Gruppe gegeneinander antreten. Das heißt, die Besten aus dem Bogenschützen werden gegen die Besten der Infanterietruppen und gegen die Besten der Kavalerietruppen antreten. Ebenfalls in verschiedenen Kombinationen. Hierbei wird in der Gruppenphase, also in der ersten Gruppe, erst einmal gefiltert, was ist besser. Beispielsweise Keira mit Hermann, Keira mit Kusunuki oder Hermann mit Kusunuki. Welche Kombination ist da besser? Oder wen spielt man besser auf 1 und wen besser auf 2? Und dieses Kommandantenduo kommt dann in die nächste Runde. Gleiches bei Gruppe 2. Wer ist besser? Sun Tzu mit Mondük? Oder Mondük mit Björn? Oder Ähnliches. Und die ziehen dann ebenfalls in die nächste Runde ein. Dabei wird es dann ganz einfach und ein ganz normales Punktesystem geben. Es gibt pro Gruppe insgesamt 12 Partien, also 12 Duelle gegeneinander, wo jegliche Kombinationen ausgewertet werden. Für diese Kombination, die gewinnt, die bekommen dann einen Punkt und der verloren hat natürlich 0 Punkte. Und somit, wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann. Hier mal als Beispiel. Keira Hermann gegen Keira Kusunuki. 1 zu 0, weil Keira Hermann gewonnen hat. Dann Keira Hermann gegen Hermann Keira. 1 zu 0, weil Keira Hermann gewonnen hat. Dann Keira Hermann gegen Hermann Kusunuki. 1 zu 0, weil Keira Hermann gewonnen hat. So, dann steht es 3 zu 0 für die Kombination Keira Hermann. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben noch nicht gespielt, wir haben noch keine Kämpfe gemacht, also es kann komplett anders ausgehen, wie es hier steht. Bitte da nicht drauf beziehen. Das ist nur ein Beispiel. Wichtig dafür sind natürlich auch, dass wir ein paar Regeln dafür festgelegt haben. Und zwar, alle Kommandanten haben 60 und das Level 60 und Expertise. Sonst würde das keinen Sinn machen, weil die Skillbäume dann anders wären oder ähnliches. Auch hier, die Skillbäume sind alle gleich. Die Bogenschützen Skillbäume sind gleich. Die Infanterie-Bogenschützen, genau. Die Infanterie-Talentbäume sind gleich. Und so weiter, damit das alles gleich bleibt. Wir haben da zwei Personen immer, die gegeneinander antreten und diese Kombination testen. Alle Teilnehmer haben VIP 13 oder 16 oder, ne, also in diesem Spektrum, weil ab 13 kriegst du keine Truppenboost mehr, also keine Verteidigung oder Gesundheit oder alle Angriffe plus oder ähnliches. Ab 17 bekommst du das, glaube ich, dann wieder. Deswegen haben wir das so festgelegt. Die Rathäuser sind alle auf Gesundheit ausgelegt, also Kavalerie-Gesundheit plus 5%, Infanterie-Gesundheit plus 5% oder Bogenschützen-Gesundheit plus 5%. Und die jeweiligen Kulturen sind ebenfalls gleich. Für Bogenschützen haben die Leute das Osmanische Reich. Für Kavalerie-Deutschland und für Infanterie die Wikinger. Ein weiterer wichtiger Punkt, alle Kombinationen werden ohne Rüstung getestet. Na, weil die Rüstungen können abweichen. Ich zeige euch aber in diesem Video oder im nächsten, in einer der Videos, was die besten Kombinationen, die besten Rüstungen wären. So für den Anfang, gerne auch für später. Das wird aber eher zum Ende hinkommen. Das ist jetzt erstmal nur ein Vorstellungsvideo für das Turnier selber. Die Gruppenphase für die Bogenschützen, für die Infanterie und auch für die Kavalerie. Dafür wird es einzelne Videos dann geben. Da freue ich mich natürlich gerne, auch wenn ihr wieder einschaltet, eure Meinung dazu schreibt oder ähnliches. Und ob euch dieses Konzept generell gefällt. Um einfach mal ein bisschen mehr von den Bogenschützen zu erfahren. Mal zu sehen, wie, ähm, wie schlagen sie sich. Leider kann ich das Ganze aktuell noch nicht mit, ähm, goldenen Kommandanten machen. Also mit, ähm, legendären. Da wir dafür zu wenige Leute haben, die alle Expertise haben, ähm, weil wir zum Großteil keine Payer sind. Ähm, daher ist das ganz, ganz schwer umsetzbar. Wenn man nicht irgendwie, ähm, ja, Test-Accounts hat, ähm, von Lilith gestellt oder ähnliches, wo man so etwas testen kann, wird das halt fast für Free-to-Play oder Low-Spender, wird das fast unmöglich sein, so etwas testen zu können. Diese neuen Kommandanten werden wir insgesamt testen, wie gesagt, ähm, pro Runde sind das zwölf Partien, äh, zwölf Kämpfe gegeneinander. Ähm, und dann werden das am Ende, wenn das beste, äh, Duo, ähm, entscheidend, entschieden wurde, dann werden die nochmal gegeneinander kämpfen aus jeder Gruppe. Ähm, und der beste Trupp dann, äh, am Ende, ähm, ja, der erste Sieger von diesem ganzen, äh, Turnier. Ich bin sehr gespannt, wer das, was dabei rauskommen wird, hoffe auf ein paar Überraschungen, ähm, ich hab so meine Vermutungen, wer das Rennen machen könnte, aber, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ähm, hoffe, ihr verfolgt das hier spannend weiter, ähm, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr, äh, Infos, informiert werdet über neue Videos, abonnieren könnt ihr mich gerne auch, ähm, ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!